Lebenslänglich. SCD geht unter die Haut. 24-7. Heute haben wir das erste Eistraining. Hier in Bern in der Nebenhalle. Es ist zum Glück sehr kühl, obwohl es draußen so warm ist. Und jetzt kämpfen wir uns durch das erste Training. Die Schuhe tun weh und alles ist ein bisschen rostig. Jetzt sind wir im Moment recht kaputt. Es war ziemlich streng, aber es ist jedes Jahr das gleiche. Es kommt schon noch. Es ist einfach wichtig, dass man jetzt mal kurzfristige Ziele setzt. Wichtig ist mal zum Vordergrund eine gute Vorbereitung und einen sehr guten Start. So wollen wir uns dann steigen. Aber das langfristige Ziel ist sicher klar, dass wir eine Titelverteilung.